Guten Tag, ich bin Achim Ensign, GEMARCO Vertriebspartner. Heute möchte ich dir ein Seminar anbieten zum Thema GEMARCO Online Shop. An diesem Seminar von zu Hause aus, direkt vom Computer aus, kann jeder Vertriebspartner teilnehmen, der bereits eine eigene GEMARCO Homepage online gestellt hat. Das darfst du ohne weiteres machen. Du gehst ins GEMARCO Portal, gestaltest sie dir dort und wenn die dann am Laufen ist, dann hast du schon einmal die erste Voraussetzung für dieses Webinar erfüllt. Die zweite Voraussetzung für dieses Webinar ist, dass du bitte einmal auf meine GEMARCO Webseite und in meinen GEMARCO Online Shop gehst, dich dort durchklickst, schaust, wie das Ganze abläuft, dich dann bitte dort anmeldest mit deinen ganz normalen Daten, quasi als Kunde, in die Bemerkung schreibst, aber ich bin Vertriebspartner und dann auch eine Bestellung bei mir auslöst. Selbstverständlich bekommst du die Ware nicht zugeschickt. Zur Erleichterung bitte ich dann darum, in die Bemerkung zu schreiben, bin Seminarteilnehmer nicht zu schicken. Wenn du das gemacht hast, bist du gut vorbereitet für das eigentliche Online-Seminar, was wir dann machen und du wirst ruckzuck fit sein, deinen eigenen GEMARCO Online Shop zu initiieren. Anmelden kannst du dich, wie gesagt, im GEMARCO Portal zu diesem Webinar. Sollte das Ganze ganz neu sein, bitte ich dich auch zu deiner eigenen Erleichterung und Sicherheit vorher das Webinar, meinen Start zum Webinar mitzumachen. Dort lernst du alles in ganz einfacher Sache, wie das mit diesem Online-Portal funktioniert und ob das für dich passt und geeignet ist und ob du Spaß daran hast. Bis dahin, alles Gute, vielen Dank, ich freue mich auf dich. Tschüss, Achim Menzig. Tschüss, Achim Menzig.